hier verdammt wenn er die fit war sehr schön schönes ding Alle tot. Wunderbar. Hier herkommt. Die Fahrer werden weiter. Niemand wieder in der Lämmen. Niemand wieder in der Lämmen. Niemand wieder in der Lämmen. Hinter mir. Hinter mir. Oh mein Gott. Überall. Hast du ihn? Hast du ihn? Guck mal hin. 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 Jo Leute, was geht ab? Fortis ist natürlich auch wieder bei ComStatTV. Ich herzlich willkommen hier zurück auf meinen Kanal. Schön auf jeden Fall, dass ihr alle eingeschaltet habt. Heute seht ihr ein richtig geiles, geschildtes Gameplay von mir im Hintergrund im Fortnite erspielt. Ich wünsche euch heute auf jeden Fall auch viel Spaß mit dem Video. Und bevor wir mit dem Video auch richtig anfangen, wollte ich mich auf jeden Fall nochmal entschuldigen, dass ich so inaktiv auf meinem Kanal bin. Ja Leute, ich hatte irgendwie nicht so Lust, Videos zu bringen richtig auf meinen Kanal. Und die Likes haben auch nicht so mitgespielt. Ich gucke eigentlich auch gar nicht auf die Likes. Mir ist das eigentlich scheißegal. Ich will einfach, dass die Videos bei euch gut ankommen. Wenn ihr mehr Fortnite Videos von mir sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in den Kommentaren, dass ich Bescheid weiß, was ich bringen kann. Oder wenn ihr was anderes sehen wollt, dann schreibt es auch in den Kommentaren. Ist mir egal. Hauptsache ich kann euch mit Videos unterhalten. Ich werde jetzt auch nicht so viel quatschen und filmen ab. Ich gehe erstmal runter. Ah Gott, den nehme ich doch gerne. Da sag ich doch nicht hinein. Ich brauche unbedingt Materialien. Nimm den Schliffy mit. Ja, ich auch. Ich muss auch gleich wieder Materialien empfangen. Rohstoffe. Das liegt nach. Ja, den nehme ich mit. Gibt es gerne sogar. Hat wer Raketenwerfer, Moni? Ich habe zwei Trempos. Ja, zwei habe ich. Korrekt, danke. Brauchst du auch noch? Hm, brauche ich noch. Jo, danke. Dann noch Mini-Schilde. Kann ich sonst mitnehmen. Einen habe ich noch. Kannst mitnehmen. Jungs wollen wir Krämpfe irgendwie benutzen, weil ich habe zwei Stück. Oder Lukas, ich dropp dir mal einen. Komm mal her. Warte, ich habe gegen die Zone. Dann machen wir es gleich. Ja, lass mal gucken, ob die Gegner hier sind oder so. Das Hilde schaut ganz schön leer aus. Ja, das ist doch schon fast. Ja, das ist doch bloß hier. Ja, ja. Oh, er leckt das. Ja, wenn man in die Hilde reingebt, leckt das immer ein bisschen. Das wird immer so offen sein. Jaja. Oh, du bist geil. Alter, was war das? Obst du eine Rakete? Dies haben wir vorbeigeflogen. So, holen wir uns doch mal. Andererseits ist es mal einer. Du kannst die Zone. Alle dauer. Habt ihr alle? Okay. Ich nehme auch Raketenwerfer mit. Bandagen liegen hier noch. Feuer habe ich auch. Sohn kommt. Wir müssen weg weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Mach den Überschaden. Ab geht die Luzi. Ab geht der. Mit Auto gefahren. Hier ist noch ein Jumpcard, aber da ist scheiß drauf. Das ist so eine Kiste. Ah ne, ist schon offen. Hier vor uns ist noch Jumpcard. Na ja. Direkt mal gucken, wo die... Ja, unter uns. Kommen wir, wir springen ran. Ligger, schluckt doch noch mehr? Hast du das gesehen, Rüger? Ne, Rüger zu. Alter, was? Was, der schluckt. Der schluckt sein ganzes Inhalt. Jetzt mal. Alle tot. Help me please. Ligger, der hat gerade vier Schüsse geschluckt. Einer hat sogar Kopfschuss. Oh, was ist das? Muss ich nicht. Ja, ich jetzt auch. Da liegt noch Wärme, Lukas. Neben die Unlösungsgabe. So. Oh, Bandagen. Hier liegt noch Raketenwerfer. Mike, geh mal gleich nach vorne. Ja, gleich. Jetzt geh weiter nach rechts. Ich muss jetzt mal nach links. Hast du? Der hat ja viel gecheckt. Nichts. Ah, ich muss weiter. Also oben, über uns, über uns. Wie über uns. Über uns aufm Berg. Direkt aufm Berg. Äh, Philippen schwarz selber nicht. Also diese hohe. Komm, die kommen, die kommen. Ja, komm mal. Ich hab... Ich hab längst gebaut. Das ist gleich alles dick. Kommt hier hoch, kommt hier hoch. Hab ihn. Hab ihn. Ja, ich füße noch mehr. Einer ist hier noch. Ah, ich fäll runter. Ich geh dann. Oh mein Gott. Oh. Das ist belastet. Das ist mega belastet. Halt die Fresse. Alter, er mit seinem Raketenwerfer. Alter. Was machst du hier? So, und kommt. oh mein gott die zone also ich bin hier baumeister es ist nur noch einer übrig und ich mich gerettet habe aber nicht normal ist einer mit jump hat gesprungen gerade eben der gegner ist mit jump hat abgehauen okay egal hab ich mich gerade gerettet der war gut ne rüge alter aber läuft doch weiter ein paar kürzen auf jeden fall das schön wird den letzten vier und dann habe ich sechs er haben wir jetzt alle raketenwerfer ja ich habe noch mit drei schoß das hier mal mit raketen das gibt mir keine leute Ey, was? Boah, Alter. Ich kann nur nicht bauen. Digga, von wo? Was meinst du jetzt wegen mir? Von dir. Habt ihr von Bandagen oder sowas? Nö, der ist hier. Ach, der Gäste überlegt. Oh, er ist unten. Lass ihn von der Sohn verrecken. Ich hab's gewonnen.